Azu- und Gratis Du 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 diese Dir du 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 duet Ancient komm, Ancient Wie würdest du spielen? Ancient, ja Classic, oder? ich mache einfach nur kollisionen okay und zeit auf eine endlich über zwölf versuche weil kollision von diesem muss und was ich noch an mache ist last power anzeigen so let's go jumpen ist aus was geht schon los okay das ist ja leicht vergiss was ich gesagt habe das ist richtig schwer das gleiche am anfang ich glaube ich verkackt direkt bei einem anfang kommt wenn das dahinten sagt wer jetzt habe ich auch sechs Ja, ich kann sie neu positionieren. Acht. WTF? Sieht mir ein bisschen sauschwer. Sieht mir echt sauschwer, die erste. Oh, ich hab 10 Schüsse schon verbraucht. Na! Ja, ja! Oh! Ich bin bei der Elis. Mann! Wie schlecht sind wir! Ja! Nein! Witz! Ich hab 5 Hose Hose. Ich hab 5 Hose Hose. Witzig! Gute erste Runde, guter Einstieg. Schwere Map. Ne ganz schwere Map. Oh, 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 oh. Jetzt schau' ich mach's. Äh, 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 äh. Höh! Wo bist denn du hingeflogen? Nein! 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 Wir sind schmüpft. Wir müssen aber nicht den Lüften lassen. Das ist... Das ist echt schon peinlich, ey! 5, ich hab 8, ich hab 9. Ups! Junge, was machst du da eigentlich? Das ist wirklich! Schwierig! Schwierig! Hast du Spaß, wa? Ach, das ist eine schwere Map, ne? Eine ganz schwere Map! Oh! Oh! Das ist ein Scherz! Das ist ein Scherz! Wir haben jetzt... die Hälfte von einem... äh, wachsen mal Punkt in der Löcher allein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Ich hab ne Idee! Ach, hier oben ist doch noch oben! Was? Okay, hier lieg' ein bisschen Scheiße! Ist geschafft! Ah, nur ein bisschen! Oh, oh! Okay! Warum ist es mir so schwer? Du hast trotzdem nur vier Punkte in der Hälfte! Ja, wegen was ist halt ne schwere Map, kann man nix machen. Du hast mich grad weggekickt. Ich wollt' dir sagen, hab mich nicht abgeblockt. Du hast mich tief an langsam. NEIN 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 die Mucke ist cool zum Bongo Muk ja, mongo Muk Mongo homem Wie konnte man das bloß verkacken? Alles klar, da kann man nicht losbringen. Jo, ich hab direkt zu zweit extra Füße. Das kann nicht wahr sein! Das ist ein Fick, Scherz. Das Spiel suckt, ich hab... Das ist ne schwere Map, Julian. Alles cool. Ne, guck was ich machen wollte. Hier, guck. Ja, ich weiß was man wollte. Das hab ich auch versucht, aber es hat nicht geklappt bei mir. Ja, bei mir hat's geklappt und ich bin zu weit gesprungen. Weißt du, wie viele Punkte mir jetzt fehlen? Alle. Alle? Ich bin letzter mit Abstand, sagen. Das Spiel macht mich schwer. Dann bin ich einmal. Dann bin ich jetzt einmal. Cool. Das war mal cool. Das ist ein schwerer Sprung, Julian. Da musst du aufpassen. Guck wie ich abdance. BAM 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 Das war sehr gut. Halt deine Fress, Maul. Klingt 8 Punkte für dich. Mehr? Ne, 8. Richtig. Oh, ich hab die Bongo fast verfehlt. Fick dich. Julian! Was ist hier? Boogie! Double Boogie! Wie dein Piata aber vibriert. Was ist jetzt? Meineộimine Mutter ist wie Pryot. Na, du hast nichts mehr. Wo ist denn da hin? Ouuuuhhhhhh secret! Komm runter! Ich hab ein secret für dich! Komm ein bisschen runter. Er ist ein secret? Warum ist denn da rechts ein Loch? Ein Loch? Siehst du das? Ein Heimgang? Oh. 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 Hä? Was passiert? The fuck, das war unfair. Das war richtig unfair. Hat das Spiel mich in den Weg gestellt? Nee, nicht mal das. Hat einfach nur... Hat einfach... Hat mich aber nur gefickt, das Spiel. Bubble Dummy. Double Boogie! Ah, Limeschirm hol ich auf. Ach nicht das. Ja, meinst noch besser als deins. Hui. Oh Gott, das häng ich hier fest. Das ist nicht wahr. Nicht runterrutsch, nicht runterrutsch, nicht runterrutsch, bitte. Nein! Nicht runterrutsch. Komm jetzt mal hoch. Ich komm nicht hoch. Jetzt... Geht doch. Was hat bei Warfare of Friends ein bisschen noch fehlt? Einen eigenen... Jetzt sind wir uns um einen eigenen Map zu stellen. Der kommt bald. Ja? Ja, den kann man sich schon mal schon angucken. Also nicht wieder aussitzen, sondern einfach nur die... Die... Dass man da hinkommt. Oh, ich hab hier quasi... Ja! All in one. Stop lying! Nein! Nein, bitte! Ich rede da. Ja! Wirklich jetzt! Was ist schon geschafft, ob ihr da bist ja ähnlich... Hast aber schon ein bisschen gebraucht dafür. Hey, guck mal links von dir! Der ist ein Weg! Was ist das? Ja... Ist das ein secret Weg? Das ist ein Speedweg? Ist das ein Speedweg? Das ist ein Speedweg? Das ist ein Speedwedding. und die trommel ist das das loch ersatzweger nicht gesehen was war das wo geht es da lang geht gar nicht runter so nein 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 das ist nicht wahr warum habe ich jetzt in 6 das ist nicht wahr ja komm ich muss nur ein bisschen schneller machen alles cool ja mit einem punkt lieg ich schon mal vorne ehrlich zwei ja nicht vorne aber zwei aufholen greifen okay vielleicht ja ja als mit mir was ist der dritte haben wir gesagt wenn jetzt beim fliegen kriegst du bist ja ganz individuell noch spielen wie viel speed hast du genommen voll wieso ja habe ich nur fast gedacht jetzt ist der verhofft gleich ein spiel gerade ich bin nicht so rum wie bist du nicht so ich bin vor dir nein Das war richtig gut. Hast du noch einen 1 geschafft oder was? Ne. Aber da wurde ihn 2, Alter. Hier kann ich auch einen 10-Krieger. Mann! Oh Gott sei Boll! Guck mal, warte, guck mal, der, 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 der Teratops da im Hintergrund, ne? Da soll ein Traktor dastehen. Habe ich jetzt, dass er kam? Ich komm's nur darauf. Hast du nicht gesehen? Nein. Du hättest den Augen aufmachen müssen. Du hättest den Augen aufmachen müssen. Hä? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wer? Das ist ein Scherz. Ja, das gewinnt sich. Nein, das gewinnt sich. Golf fegt. Ja, Golf sagt, meine ich. Mann! Golf sagt. Golf sagt. Aber Golf ist cool. Ne Abwechslung. Schlag, ne Mosebex. Nummer 7. Oh. Ey. Oh, das war jetzt kacke. Oh, gut. Jetzt bin ich hier 6 Punkte hinter dir. Oh, das ist kein Problem. Das ist nicht wahr. Ich bin zu weit gesprungen. Okay, nice. Oh, lol. Oh, ich hab dir direkt noch eingefallen. Okay, nice. Was ist das denn? Was ist denn das denn? Ach so. Ach so, ich dachte, das wäre Feuer oder so. Oh, ich dachte gerade, das wäre voll cool, mit dem Boden zu hauen. Na, da wurde ich dran gewinnert. Wow. Das ist nicht wahr. Das ist wahr. Das ist unglaublich. Noch genauso geschwächt? Ja. Deswegen ist es ja ungedacht. Das kann... Das kann... Leute, bitte. Bitte. Julian. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Okay. Ich dacke, du machst das von da oben jetzt. Ja. Hat die auch eigentlich vorgehabt? Bitte, 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 bitte! Ja! Nein! Ich bin eben da ausgelandet, aber heute... NEIN! FAST HOLDEN ONE! Echt? Ich probier's eben nicht weiter... Ganz, ganz knapp! Ja, jetzt hab ich so krank. Ich hab's gewonnen. Nur als Info. Guckst du mir grad so, wie ich heute beirolle? Ja. Vollspannend, gell? Mit deinem Piata... Kein HOLDEN ONE, definitiv nicht. Oh, doch! Fresh! Ich hab da nur vorher 45 gebraucht. Komm, du machst jetzt in ein oder zwei Schüssen, und ich brauch 12. Na, 14 besser. Geist, ich war nicht. Ja, vergiss ich mir leider in zwei Schüssen. Ja. Ach, Felix ist heute durch den ganzen Leben zurück. So wie ich. Guck mal, Legio ist auch hier. Ja, hast gewonnen. Das ist schon wieder Musik in meinen Ohren. Das ist schon wieder Musik in meinen Ohren. Gucken wir mal... Oh, du willst du jetzt drauf? Knall war was? Ne, ich will auch noch mal zwölf Züge voll kriegen. Na, guck mal, das ist ein Donut eingesperrt. Was? Wo ist ein Donut? Da, vor dir. Da. Tatsache. Ich frag mich jemand über die Truppel, was gut machen kann. Die Runde war richtig kacke. Aber zum Glück nur für dich. Ja, du warst auch 40 Schläge über den Normalfall. Also. Ja, und? Ich spiel's dir wieder auch nicht so oft wie du. Ich, ich auch nicht. Der spielt aber gut. Der spielt es gut. Letzte Woche war kein Kacke, aber die Runde ist gut. Ciao.